So, hier habe ich diesmal ein Päckchen von bestsecret.com oder de, ich weiß es auch nicht mehr. Upsala, nicht dass ich da reinschneide. Da habe ich mir nämlich etwas ultra-witziges bestellt. Es kommt erstmal wieder nichts zum Vorschein, okay. Dann kommt hier, are you ready? We are family, VIP-Club. Na ja, okay, das brauche ich nicht. Das kann einfach mal eine Seite. Das ist wieder nur Goldkunde werden, bla bla bla. Brauche ich doch alles nicht. So, upsala. Und hier ist das witzige Stück, was ich mir bestellt habe. Von Oppo Sides ein Zombie-Jag-Anzug. Was kann es für ein Anzug sein, wenn es in so einer kleinen Box drin ist? Das kann kein großartiger Anzug sein. So, dann gucken wir da mal rein. Es ist natürlich komplett aus Polyester, das Ding. Oh mein Gott, es ist sogar ein, es ist sogar ein Dings dabei. Ein Schlips. Und Oppo Sides steht da drauf. So, okay, so sieht der Anzug aus. Ist natürlich komplett aus Polyester. Aber, er hat natürlich auch nichts gekostet. Was ich hier sagen muss, was ziemlich geil ist, sind hier diese ganzen Blutspritzer und Handabdrücke, die hier drauf sind. Ich werde das Ding auch gleich mal anziehen. Und wenn ich den angezogen habe, werde ich davon natürlich auch noch ein Video machen. Weil er einfach nur, er sieht einfach nur episch cool aus. Mit diesen Blutspritzern, finde ich, ist der mal richtig schön. Ich wollte euch den eigentlich nur zeigen. Ich, wie gesagt, ich werde euch den gleich nochmal zeigen, wenn ich mir das Ding angeworfen habe. Außer die Krawatte, weil eine Krawatte binden kann ich nicht, da bin ich ein bisschen scheiße drin. Aber, wie gesagt, so soll der Anzug aussehen. Geiles Ding. Für einen geilen Preis geschossen. So für Karneval oder so ist das auf jeden Fall immer was. Oder vielleicht ein Bewerbungsgespräch oder so. Oder ein Vorstellungsgespräch. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis denn dann.